Es ist aber auch sowas von Zeit für ein neues Single, es ist sowas von an der Zeit für ein neues Release, 28. März 2014, Spotify, iTunes, Amazon, Google Music, überall wo es Musik zu kaufen gibt, sind wir mit unserem neuen Single Up and Away vertreten. Wir zählen auf euch, euren Support für Up and Away, 28. März 2014. Leute, alles geben. Dankeschön. Up and Away.